Mein Mitbewohner hat irgendwo eine Maus aufgerissen und wollte sie in unserer gemeinsamen Bude, für die er übrigens keinen Cent dazu zahlt, mal eben vernaschen. Und ich habe natürlich Nein gesagt. Mann, war der sauer. Ich habe versucht, es mit einem Leckerli wieder gut zu machen. Ist das Maus, Mamka? Es ist Lamm. Puh, blöd. Komm zurück, wenn du Maus rißt. Also habe ich ein Stück Rind genommen und dachte mir, ich kann die Katzen damit austricksen. Na Mutter, was hast du hier mitgebracht? Ist das ein Stück Fleisch von dir? Naja, nicht von mir direkt. Ja, ich habe es auch gerade gerochen. Das Stück riecht nicht wie eine drei Tage ungewaschene Socke. Einen Moment. Ist das vielleicht die Maus, die ich gesucht habe? Ja, ja, Apollo, das ist die Maus. Du hast sie also gefangen und auseinandergenommen, so wie ich das machen wollte. Und jetzt frisst sie Kosmos. Willst du auch hier? Ich kann es dir auch geben. Hey, wo ist mein Fleisch? Kosmos, das ist nicht die Maus. Warte mal, was? Lass mich mal riechen. Stimmt, das riecht nach Kuhfleisch. Das ist nicht ihr Ernst. Mamka hat uns belogen. Ihr seid Katzen. Ihr esst doch Fleisch. Das ist doch egal, was für eins das ist. Komm, wir gehen, Kosmos. Ja, ich habe ja schon tausendmal gesagt, ich esse nichts, was aussieht wie sie. Probier doch mal. Puh, mir selber. Ich muss jetzt meine Krallen schärfen, damit ich noch eine Maus fangen kann. Mamka, wieso beobachtest du mich? Willst du mich davon abhalten? Du nicht machen diese. Ich bin ein Jäger. Da fliegt wieder meine Beute. Apollo, du sollst doch keine Vögelchen fangen. Warte, bleib stehen. Ach so, war nur eine Fliege. Nein, das war ein Nanospion. Mutter, ich glaube, Kosmos hat gar keine Maus gefangen. Das hat er sich bestimmt wieder nur eingebildet. Ja, meinst du wirklich? Ja, ich glaube schon. Wenn du hier ein Stück Klopapier nimmst und es ihm wirfst, denkt er auch, es ist eine Maus. Ja, ich glaube, du hast recht. Wieso liegen da zwei Tauben, eine Maus und ein Krokodil? Warte, ich komme hoch. Ja, das war ich. Ich durfte nicht reinbringen, also habe ich hingelegt. Worüber habt ihr gesprochen? Ach, gar nichts.